Planwirtschaft und Ackerbau. Die Zahl der in der DDR gebauten Traktortypen ist übersichtlich, aber umso spannender. In den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, kurz LPG, liefen die Schlepper vom sogenannten Industrieverband Fahrzeugbau der DDR zum Teil rund um die Uhr. IFA war sozusagen die liebevolle Mutter, unter deren Führung die einzelnen Schlepper das Licht der Welt erblickten. Dieser Film erzählt von den Geburtswehen, den kleinen Wehwehchen und dem wehmütigen Ende des Schlepperbaus unter Hammer, Zirkel und Ehrenkratz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017